Aue, Jan, und... Oh, jawohl, Memo Eidi mit seinem ersten Tor für die Profis. Und wie er das Kling nimmt. Oh, er hat Traumtor. Meine Herren, der traut sich was. Der 2-0-Treffer von Memo, das war dann so, Deckel drauf, ich glaube so ein Scherenschlag nach dem Eckball, gut, dass er vorne drin war. Hast du überhaupt schon begriffen, was da gerade draußen passiert ist? Noch nicht. Ich glaube, heute Abend, wenn ich das Tor nochmal sehe, dann bereibe ich das wirklich. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, das Tor zu machen. Hast du überhaupt schon mal so ein Tor gemacht? Das war ja wirklich, also ich sage mal so, wenn der nicht in den Kandidaten des Tors des Monats ist, würde es mich wundern. Also diesen Kick habe ich bei Karate Kid einmal gesehen. Und deswegen habe ich den mal im Spiel versucht, der hat geklappt. Auf, liebe Schalker, mich freut es sehr, vor euch, vor den besten Fans der Welt, so ein schönes Tor zu machen. Ich hoffe, es kommen immer wieder solche schönen Tore. Ciao. 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 Ciao.